Spitz bedeutet für mich eine Abwechslung zum Berufsalltag, es bedeutet für mich andere Frauentreffen, die kennen wir. Ich hoffe, dass man so viele verschiedene Frauen leben können, aber auch, dass man bei den Vernetzungsgedanken schon lebt. Wenn man nicht wirklich gut leben will, dann kann man es auch erleben und man kann sehr viel eindrückliche Segnung nehmen. Das ist wahrscheinlich mein Meisterprojekt. Das ist wahrscheinlich mein Meisterprojekt.